Wir fahren heute mit 650 Personen nach Hannover zum Auswärtsspiel unserer Mannschaft in der ZAG Arena. Wir freuen uns total darauf, dass dieser Zug ausgebucht wurde. Das ist einfach besonders, weil wir einfach unter uns sind. Dieser Zug ist nur für uns organisiert. Es sind nur SG-Fans hier. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, die wir hier kreieren. Was entsorgst du da gerade? Müll! Was für Müll ist das denn? Schnaps! Hallo, hallo in die Runde! Wie sieht die Stimmung aus, die bei euch im Zug? Ja! Als Vertreter der Hölle Nord, habt ihr euch auf den Tag heute gefreut? Sehr! Sehr ausführliche Antworten, vielen Dank dafür! Guten Tag! Herzlich willkommen im Sonderzug der SG Fletsburg-Hatteweg! Wo kann man sich diese schönen Streifen machen lassen? Von den Hasselbergern! Was macht so ein Sonderzug denn ganz besonders? Ganz besonders, dass wir alle zusammenhalten, alle mitfahren und alle die Fahne hochhalten. Und du bist heute auch mit dem Sonderzug. Hast du dich heute auf den Tag gefreut? Ja! Worauf hast du dich am meisten gefreut? Dass ich mit dem Zug fahre! Der Zug hat keine Bremse! Der Zug hat keine Bremse! Der Zug hat keine Bremse! Das ist die Strecste, der eine Auf geht's, 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 geht's! Auf geht's, geht's, geht's!